Hallo, ich begrüße euch ganz herzlich zum Kachelmann-Wetter. Ein kräftiges, umfangreiches Hochdruckgebiet über Osteuropa, bestimmt weiterhin unser Wetter, sorgt für frostige Nächte, aber auch sonnige Tage. An dessen Rand fließt weiterhin trocken, kalte Luft zu uns. Tja, und die Tiefs draußen auf dem Atlantik, die kommen gegen dieses Hoch, momentan gar nicht gegen an und regnen sich über Schottland und der norwegischen Küste ab. Dann gibt es auch noch ein Tiefdruckgebiet über dem Balkan, das hat dort jetzt gestern nochmal zu einem Wintereinbruch geführt und in den nächsten Tagen gibt es auch im Mittelmoerraum nochmal weitere Regenfälle. Die sind aber da zu dieser Jahreszeit durchaus gern gesehen, denn so können sich die Böden und die Stauseen für die trockenen Sommer nochmal auffüllen. Zum Wochenende wird sich die Wetterlage ein bisschen umstellen. Das Hoch über Osteuropa zieht sich Richtung Russland zurück und es baut sich ein neues Hoch auf dem Atlantik, also westlich von uns auf. Was das bedeutet, da komme ich dann am Ende dieses Videos noch drauf. Jetzt gucken wir uns erstmal den heutigen Dienstag an. Das ist alles schnell erzählt. Nach kaltem Morgen gibt es heute wieder überall Sonnenschein, einen nahezu wolkenlosen Himmel von früh bis spät, lediglich im Nordwesten des Landes. Da können wir ein paar Schleierwolken von der Nordsee aufziehen und auch im Südosten Bayerns, da gibt es von Österreich her vielleicht mal ein paar Quellwolken. Die sind aber harmlos und es bleibt trocken und ansonsten kann man die Wolken am Himmel wirklich suchen. Die Höchsttemperaturen sind ja auch relativ unverändert, meist so vier bis acht Grad im Westen und Südwesten, speziell in Rheinnähe so bis zu elf, zwölf Grad. Dazu weiterhin ein relativ bürger und kalter östlicher Wind. Gucken wir uns die nächsten Tage an. Der morgige Mittwoch bringt eigentlich wenig Wetteränderung. Weiterhin die Nächte kalt, frostig. Am Tage scheint wieder verbreitet die Sonne, lediglich im äußersten Süden und Südosten Bayerns. Da gibt es von Österreich her mal ein paar dickere Quellwolken, also Alpenrand, Bayerischen Wald. Da ist es durchaus mal ein bisschen wolkiger, bleibt aber trocken. Im übrigen Land scheint bei ähnlichen Temperaturen wieder verbreitet die Sonne. Der Donnerstag dann insgesamt in der Südosthälfte ein bisschen wolkiger. Da scheint die Sonne nicht mehr ganz so ungestört. Es sind mal ein paar Wolkenfelder dabei, aber es bleibt trocken. In Richtung Westen und Nordwesten gibt es weiterhin ungestört sonniges Wetter. Mit den Wolken kommt aber auch ein bisschen wärmere Luft zu uns. Das heißt im Süden und Südosten durchaus ein leichter Temperaturanstieg. Im Vergleich zu den vorigen Tagen im Westen, im Rheinland, am Niederrhein werden wieder bis zu 13 Grad erreicht. Gucken wir uns noch am Ende mal einen 14-Tage-Trend an. Ich habe jetzt mal Wolfsburg herausgesucht. Ich verlinke euch das Ganze hier oben auch nochmal. Da könnt ihr euren Wunschort mal eingeben und schauen, wie sich das Wetter zum Wochenende und darüber hinaus wahrscheinlich entwickeln wird. Wir sehen bei Wolfsburg jetzt oder in Wolfsburg jetzt den leichten Temperaturanstieg nochmal Richtung Freitag, Samstag wahrscheinlich. Wenn ich da drehe, die Strömung ja auf Südost, kommt nochmal ein bisschen wärmere Luft zu uns. Dann zieht sich dieses Hochdruckgebiet zurück. Es baut sich auf dem Atlantik ein neues Hochdruckgebiet auf, also wie gesagt westlich von uns. Und damit dreht die Strömung wahrscheinlich eher so auf nördliche Richtung. Und es kommt dann kältere Luft oder kalte Luft aus Skandinavien zu uns. Die ist auch durchaus ein bisschen feuchter. Wir sehen das an den Wettersymbolen. Es kann durchaus mal regnen. Zum Dienstag ist sogar ein Schneesymbol drin. Naja, da müssen wir nochmal abwarten, ob das wirklich für Schnee reicht. Deutet aber zumindest an, dass die Luftmasse relativ kalt ist. Also die ganz große Frühlingswärme ist erst erstmal nicht zu erwarten. Wir sehen auch die Temperaturspanne zwischen den Tagen und den Nächten ist nicht mehr ganz so groß. Die Nächte nicht mehr wolkenlos. Mit mehr Wolken wird es dann nicht mehr überall verbreitet frostig sein. Tja und tagsüber scheint die Sonne nicht mehr ganz so ungestört. Und mit der kalteren Luft sind meist nur einstellige Temperaturen zu erwarten. Wie gesagt, auf die ganz großen Frühling, da müssen wir zum Beginn der neuen Woche wohl erstmal noch ein bisschen warten. Das war es von mir. Ich wünsche euch alles Gute. Bis morgen. Tschüss.